Ja hallo, ich bin der Krillo, ich heiße euch willkommen zurück zu Jurassic World Evolution und ja, wie versprochen werde ich jetzt mal das Betäubungsgewehr rausholen und mal schauen, was ich so... ...salate. Vielleicht mal ein bisschen stehen bleiben. So, auch eins. So, dann haben wir jetzt zwei Treffer. So, jetzt wollen wir natürlich die beiden... Ach so, oh. Okay. Direkt wahrscheinlich einen Schuss gar nicht, hm? So, jetzt haben wir die Transportteams. So, jetzt haben wir glaube ich beide verkauft. Oder? Ich vermute... Ob ich jetzt wissen möchte, wohin die verkauft werden? Nee, ich glaube nicht. Das ist aber auch hier ein interessantes Flugmanöver, das die beiden veranstalten. So, was haben wir hier für eine Meldung, das eine war ein Kraftwerk, das habe ich gerade noch gesehen. Und zum anderen haben wir hier einen toten Dino, den wir transportieren müssen. So, jetzt machen wir mit dem Kraftwerk. Das wäre geschafft. Ach so, für die Dinos gab es 250.000. Ja, ja, da können wir aber gerade nicht so ganz viel dran machen. Können aber schauen, ob wir nicht ein... Ach so, den Ausfallschutz könnten wir stattdessen aktivieren. Expedition. So, dann könnten wir nämlich hier hingehen und die reduzierten Unterhalbkosten entfernen und könnten stattdessen den Ausfallschutz kaufen. So. Das hilft uns zumindest dann in Zukunft. So, Bonny, was ist dein Ruf? Plus 8, Kampfverrufenheit. Plus Kleid. Da. Plus 4, aber insgesamt 5 Sterne 127. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben zwei Montosaurier, die beiden einzigen, die wir hatten, verloren. Da würde ich sagen, wir brüten zwei Neuer. Oder Dinosaurier. Priceratops. Unterwegs und von Fressen gestorben. Aufträger. Jetzt hier und die 250.000 Gewinn pro Minute. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie hoch aktuell mein Gewinn ist. 236. Ja gut, das haben wir ja. Die Expedition läuft gerade aber nicht mehr lange. Fossilien kriegen wir gleich auch neuer. Neu. 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 Die laufen beide noch. Ich würde sagen, wir planen mal unser nächstes Gehege. Neu. 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 ich hier jetzt das ganz gerne ein bisschen gerade machen ja und dann geht es ab hier wieder preisförmig dann wird es wieder gerade so dann müssen wir hier jetzt natürlich noch ein tor einbauen wir müssen sollten beobachtungs galerie bauen oder vielleicht sogar zwei das war den weg hier auf jeden fall mit dem hier so haben kann fast das gesamte oder baum eins hier und da würde ich fast eins hier bauen wollen dafür muss ich natürlich hier mal eben den weg abreißen so jetzt schauen wir mal ob wir das mit dem weg hier hinbekommen wir sind ja jetzt Oder das kommt. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen mehr hier. Ich will nicht, dann muss ich das Ding auch mal abreißen. Das ist mal alles anders. Das ist mal klar, wie er es ist. Fucking one. Räume weg. Dann wird das Gelände hier eingeeben. Gut. 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 Da kommt das Element weg und das hier lassen wir dann auch mal neu von hier beginnen. Es ist ganz schön unübersichtlich, wenn man nicht die Bäume vorher weg macht. Also als Tipp an euch, immer schön die Bäume entfernen. Dann kann sie ja danach hier pflanzen. Hinten pflanzen wir noch Bäume. Direkt vor den Besuchertür macht es wahrscheinlich eher Sinn keine zu haben. Dann gibt es in diesem Gehege eine Beifutterstation. Jemals vor den Bereichen. Jetzt habe ich hier ganz lange nicht darauf geachtet. Okay, ich nehme ihn. So, das ist schon mal wieder geschlossen. Dann fehlt der Strom. Dann können wir ihn auch behoben. Den müssen wir aber dringend rauslassen. Das gleiche gilt für die beiden. Dann kommen wir mal. Hier auch eine Futterstation. Was können wir mit dir denn machen? Bestätige Aufgabe. Was heilen wir denn mal? Wahrscheinlich können wir einfach ein bisschen füttern. So, was haben wir hier oben denn noch? Nötige Bewegverbindung, das ist klar. Hier haben wir noch. Zwei Futterstationen, die gefüllt werden müssen. Ich weiß nicht, wie sie es tun, aber sie haben es getan. Gut gemacht. Kein Problem. Ich weiß nicht, schon, wie sie sieht. Der hat ja mal ein Fahrstil drauf. Dieser ist geheilt. Dann können wir hier noch ein Fahrstil hinzufügen. Das hinzufügen. So, nochmal mal hier jetzt noch. Oh shit. Da habe ich die Stromleitung wieder entkampft. Oh shit. So. Machen wir mal das Stück auch nochmal neu. So da ran, das passt. Mal eins. Mal zwei. So. So, dann würde ich hier natürlich auch noch Saurier reinbringen. Jetzt ist die Frage. Was kommt da an? Ich glaube, wir reißen die wieder ab. Dann kommt da ein Fleck. Dann Fleischfresser. Ja. Futterstation für Fleischfresser hier. Und eine Futterstation. Mit Lebendbeutel. Schließen. Okay, aber der Ceratosaurus, der da rein kommt. Soll der beste sein, den wir bislang gebaut haben. Und dafür. Dafür. Es fehlt uns auch ein klein wenig. Kann man verkaufen. Ja. Warten wir noch einen Moment. Bis wir dann einen Auftrag haben. Und fordern doch nochmal schnell einen wieder an. Unterhaltung. Wie gehabt. Ein neuer Auftrag. Ja. Okay. Ist das nicht jetzt schon der Fall? Ist das nicht jetzt schon der Fall? Ja. Okay. Dann ist es noch keine Sicht. Dann ist es noch keine Sicht. Oder wie geht es noch jemanden. Oh ja. Dann sollte man. Entweder mal selbst. Oder mal selbst. Oder mal selbst. Ja. Etwas. Drei. Dann setzen wir hier noch mal ein paar Wege. Ich dachte eigentlich, wie hätte er das schon gemacht, aber... Das war wohl ein Trugschloch. Stimmt, hier hinten hatten wir das gemacht, so war es auch. So, dann haben wir das auch fertig. Umspannwerk haben wir, dann haben wir wahrscheinlich schon wieder zu wenig Schub. So, mal ein Kaffee bauen. So, Strom ist schon mal ran. So, dann können wir hier auch noch ein paar Bäume pflanzen. Schmal der Weg für die Bäume. Schade. Kommt da noch welche hin? Aber Büsche. Kommt da schon, ok. So. So. So, Expedition ist... So, das war hoffentlich erfolgreich. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Das sollte reichen, um auf 100% zu kommen. So. Jetzt halten Sie die Inselbewertung drei Minuten lang bei mindestens vier Sternen. Was haben wir denn überhaupt? So. Dann haben wir doch noch die Aufgabe, dass wir einen Dracorex mit diesem... irgendwas... Intelligentes lernen, aber das geht wahrscheinlich erst, wenn wir den Dracorex noch weiter erforscht haben. Dann machen wir doch nochmal. Expedition. Dann dracorex, auf geht's. Jetzt habe ich gar nicht gesehen... Was ist mit dem Zerrat? 98%? Das hat nicht gereicht. Nicht zu ahnen. Können wir gleich nochmal eine Expedition machen? Können wir eigentlich das Expeditionszentrum auch aufwerten? Grabungstempo, Grabungsertrag. Ich drücke mal die ESC-Taste zu oft. Wir müssen aber sicherlich versuchen, das Gebäude Upgrade zu bekommen, aber es gibt es noch nicht. Aber das hier können wir noch machen. Gibt es eigentlich... Weiß das jemand hier eine andere Übersicht, wo ich die Grenzen... Aber wenn ich im Baumöl-Menü bin, kann ich die sehen. Okay. Hier ist noch relativ viel Platz verfügbar. Hier ist noch locker Platz für ein Gehege. Jetzt mal versuchen wir gerade nochmal eben hier den Weg. Ein bisschen zu erweitern, aber ich sehe schon, hier können wir nicht bauen. Dann müssen wir hier den Zaun nochmal umlegen. Was aber auch kein Riesenakt ist. Oh, vielleicht später. So, Expedition Ceratosaurus. So. 240.000. Okay, unsere Gewünschpanne ist gesunken. Wir hatten gerade schon mal 250.000. Und wir haben auch ein paar Sachen gebaut. Eine weitere Sturmabwehrstation. Die Datenbank, die werde ich mir auch mal demnächst ein bisschen genauer zu Gemüte führen. Da kann man sicherlich noch das eine oder andere rausbekommen. Okay, wir haben nur noch dreimal genetische Forschung, die wir machen müssen. Aussehen. Wir haben aggressives Verhalten. Immunreaktion. Das kann man vielleicht mit unserem neuen Ceratosaurus, den wir gleich machen werden. Verpassen. Okay, Ranger. Futter. 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 Fahrer zur Futterstation. Wir haben ja mal die Erfolgsrate dazu. Futter. Wird sicherlich gleich helfen. Welcher Hubschrauber, das ist unser Grabungsteam. Krankheit? das traue ich durchaus unser team zu das zu kriegen. Neue Fossilien, ich hoffe Ceratosaurus Ich kann das schon nicht mehr extrahieren, das heißt wahrscheinlich wird das schon reichen um auf 100% zu gucken. Warten wir es mal eben ab. Wir brauchen aber nicht die ganze Zeit in dem Bildschirm bleiben. Was ist hier? Da laufen ein paar Leute in Panik. Was fliehen die denn? Neues vollständiges Genom, Ceratosaurus. Ach, sind die vielleicht vor der Erkältung weggerannt? Ne, hier rennen sie immer noch. Na ja, die hören auch wieder auf zu rennen. Man kann die glaube ich nicht einzeln anwählen, um zu schauen was die so für Probleme gerade haben. Warum die rennen? Was haben wir hier? Starke Heilung, intuitives Lernen, gute Verdauung. Da lassen wir mal die starke Heilung da. Zähne der Zähne, intuitives Lernen, aggressives Verhalten. Hier haben wir Zähigkeit der Haut, aggressives Verhalten und starke Heilung da machen wir mal. Zähigkeit der Haut. Hier. Erdene Zähne. Erdene Zähne. Erdene Zähne. Erdene Zähne. Das bleibt. Wer kommt dann hier rein? Müssen wir einmal betäuben. Das werde ich mit dem Heli machen. Jo. Wollen wir mal kurz hier schauen. Weil irgendwo Strom okay ist. Ist fertig. Wetter passt. Finanzen der Attraktionen. Also die hier machen alle nicht wirklich viel Gewinn. Da muss ich mich nochmal informieren woran das liegt. Ungereich aber über geringe Nachfragen. Also Hunger und Kurst. Einkaufen ist hier recht hoch. Das war Spaß auch. Aber auch nur gering. Ein bisschen über geringe. Transport. Ja. Transport Schienen können wir leider noch nicht bauen. Ne. Macht unser. Ja, der brütet munter aus. Ich würde sagen, wir beenden dieses Video. Da war aber im nächsten Video direkt zu Beginn. Und so um den Ceratosaurus. Wenn euch das wieder gefallen hat. Lasst mir gerne wieder einen Daumen nach oben da. Und ja. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Danke und Bye Bye. Bei. Bee, t survived, Körnusier.